Guten Morgen, ich hoffe euch geht es gut, wir sind wieder Freitag, endlich Freitag, ich hoffe, ihr hattet eine gute Woche, also nicht zu stressige Woche und jetzt noch einen guten Tag in den Freitag, mit mir hoffentlich, ein halbes Stündchen machen wir unsere Wirbelsäule. Wichtig für all diejenigen, die im Homeoffice sitzen oder momentan und nicht wissen, wie sie die Arbeit für euch haben bekommen oder wenn ihr den ganzen Tag stehen müsst, wer vielleicht wie eine Pause anarbeiten muss, immer tot an vorne, Kopf vorne und natürlich auch all diejenigen, die einfach jetzt mal ein halbes Stündchen in den Kopf reinbekommen wollen, weiß, also halbe Stunde, mach ich schon mal, ich habe es nicht möglich, aber das ist jetzt mein Ziel, wir sind gleich alle dabei, wir haben schon 39, das heißt wir warten auch schon, wer schon soweit ist, marschiert ganz locker, lass mal deine Arme hängen, nimm deine Schultern nach hinten, nach unten, nach unten, hält den Kopf so ein bisschen nach oben, eben den Muskel nach oben, und wenn du einen Herzbequenz besser hast, dann schalten wir ihn noch mal an, dann sollst du auch jetzt lesen, was du da hast, und dann lässt du wieder deine Daumen schön nach außen nach unten, und dann kannst du den Mund aufschreiben, jetzt ausschalten, das ist schon ein Moment, ein Rund, ein Rund, ein Rund, ein Rund. Und mit dazu. Genau. Jetzt spürst du wieder das Brustbein. Und das drückst du nach innen und nach außen. Genau. Dann spürst du hinten deine beiden Schulterblätter. Die ziehst du zusammen und auseinander. Yes. Der Lauf ist auch angespannt. Wunderbar. Und dann wird so langsam diese ganze Obergabe ein bisschen wärmer. Schön ein bisschen ausgestattet. Jetzt wieder nur die Arme. Du musst die Arme etwas höher. Immer noch knässlich drehen. So, du sitzt jetzt bis nach oben in die Schulter. Es ist ein Rieses. Und dann wird so ein Rieses. Und dann wird so ein Rieses. Die Stärkung bringen wir mit dem Biceps. Auch hier noch einen Rieses. Und dann wird so ein 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 Rieses. Sieben Stück schön groß. Und wieder nur die Arme. Eine halbe Gegner. Genau. Und jetzt Achtung bei dem Exel, eine Hand nach hinten nach unten gehen, bewegt sich die andere die entgegengesetzlich, spiel wieder in die Schulter, so die Augen, wunderbar, schön vertreten deine Schulter, sieben, noch sechs, ich weiß, die andere werden schon wieder schwer der letzten, vier, noch zwei, und dann nimm die Arme mal schön zur Seite, mit den Daumen hinten, den Schulterbundern, den Kopf hoch und die Zehenspitze zum Boden, mal ein bisschen tiefer, dass du schön zur Seite zippen kannst, einen weiten Punkt hier ausführen, ja, wenn du eine Nachrichten, den Nachrichten und den Pflicht? Für uns die Flucht und den Pflicht und die Flucht, der Planung Nacht, schöne Augen, noch mal ganz. Gut. Oh, noch! ... und jetzt noch mal dritte, mit jeden, zwei, auch noch. Ich pocket das, die Hände mal auf dem Oberloch und Lände, aber für die Schulter, Schieb mal das Gericht, etwas weiter nach Rüste und nach Rüste noch mal die Ferne. Die Stütze nach der linken Seite. Zieh mal ein bisschen lauter. Wir gehen aus dem Fuß, auf der Kante mit deinen Schuh und die Stütze. Bereit. Gut. Wir gehen aus dem Fuß, auf der Kante mit den Stütze. Und dann, wenn du die Stütze nach Rüste und nach Rüste nach Rüste und nach Rüste. Und dann, wenn du die Stütze nach Rüste nach Rüste und nach Rüste nach Rüste. Und dann, wenn du die Stütze nach Rüste und nach Rüste nach Rüste und nach Rüste und nach Rüste und nach Rüste. Dann, dass die Zähnenspitze auf einer Linie stehen. Das deine Arme jetzt hängen. Dreh gerade das Lächeln. Und hier nach vorne. Setz dich zurück. Und hier sind die Zähnenspitzen entspannt und aufgewogen. Gehen zu. Und bleiben mal unten sitzen. 10 10 11 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 17 18 18 19 20 20 20 20 20 20 21 22 23 23 24 25 25 25 25 26 25 22 23 23 24 24 23 25 26 29 29 30 31 30 31 31 Schön nach außen. Und dann kannst du die Hände wieder ausrollen. Lass die Schultern hinten und unten. Gut. Bist du bereit? Linke Seite. Kannst du ja nicht vorgehen. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr macht fleißig mit. Denk bitte dran. Solltet ihr die Hände wieder in den zweiten Tag ein bisschen bewegen. Aber es muss nicht immer hochreißig sein. Du musst dein Körper und das Gutes tun. Klarer Seele. Klarer Herzen. So richtig. Ich glaube, jeder rutscht nochmal ein Zeichen wieder tiefer. Schön. Lass den Tag schön lang. Brustbein ist richtig rausgedrückt. Und dann solltest du das rechte Bein rutschen mit der Tüste. Dauerlich. Zehnstelle zurecht. Ganz locker. Noch acht. Sieben. Sechs. Jetzt zieh nochmal aktiv dein Bauch. Vorderlich nicht nach innen. Vier. Drei. Zwei. Und zurück zu den Kini-Boy-Handy. Schau kurz nach unten. Zwei. 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 Lass die Hände legen. Legen und legen sie lasse außen. So. Denk einmal in lechten. Einmal in lechten. Drei. Das war's für heute. 6, 5, 20, 3, und dann bleibst du wieder unten sitzen, deine Arten, fach und rechnen, hinter den Schildschau. Versuch nochmal den Brust vom Raus zu drücken, spürst, entlang deiner Wirbelsäule, den Rückenstreiter, zum Schornen, entlang deiner Wirbelsäule, ziehst du die Baugnarbe nach innen, und dann kannst du dich noch etwas tiefer setzen. Und jetzt bitte nur noch den rechten Arm hoch und tief, mit der linken Hand, stürzt du dich an, und dann ziehst du den Brustkorb mit nach hinten, zacka deinen rechten Schulter oder zu drücken, schau, dass du tief genug sitzt, und bitte wünsch den linken Arm anstürzen. Ja, ein paar Hose haben wir hier noch, nimm den Kopf schön mit, schau mal, wo geht der Doppel hin, und vielleicht hier noch ein paar Millimeter Beine nach hinten, und noch mal ein Stück tiefer, gleich vorbei, letzten vier Stücke, die du machst, setz dich hin, noch drei, noch zwei, Beide Hände Stücke, die du machst, bislang die Beine nach hinten, und jetzt wieder mit den Händen zu drücken, den Kopf schön mit dem Brustkorb, Und die Hände bleiben. Die Meuge. Wäsche. Arme. Hängen. Schöne Wechsel. Guten Morgen. Ich hoffe, dir ist gut. Ja. Zieh das richtig. Streck dich. Vier noch. Drei. Du bleibst wieder auf den Sitzel. Arme machen weiter. Ja. Striebe die Rückseite. Striebe jetzt nur mit Leiter. Wie du sollst. Zieh das noch. Fest der Arm. Etwas tiefer. Und die linke Arm machen weiter. Gut. Rutschen nach unten. Lenker. Sitz nach aus dem Ohr. Schenken. Rück darauf. Wenn alles schön fest ist. Dann siehst du. Die Bewegung. Etwas weit. Und nach hinten. Eber. Bitte. Nicht vergessen. Schön. Schau zurück. Geh zurück. Gut. Gut. Einmal rutschen. Noch mal runter. Für acht. Gut. Sieben. Schön gemacht. Sechs. Und jetzt bleibst du dran. Letzten vier. Letzten drei. Letzten zwei. Stütz dich. Rücken noch mal runter. Gerade. Raden. In den Händen lang. Geist drücken. Es ist vielleicht jetzt richtig warm geworden. Schön mobilisieren. Und dann rollst du dich bitte wieder auf. Die Schultern zurück. Die Zehenspitzen. Tipp wieder. Hände schön lang nach unten ziehen. Zur Seite tippen. Und jetzt versuch mal das Bein zu heben. Mach dein Standbein. Die Wirbelsäule fest. Das Tempo bleibt flott. Prima. Nummer. Noch acht. Sollen schnellen. Sieben. Schön fest. Dein Becken. Hoch. Hoch. Schlag Beine. Vier. Zwei. 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 Jetzt werden wir das langsamer. Sechs. Und links. Nimm deine Arme. Etwas höher. Auf. Schultern höher. Und wenn dein rechtes Bein nach außen geht. Zieh der linke Arm nach hinten. Und die Ferne, die das linke Bein nach außen geht. Zieh der rechte Arm nach hinten. Und jetzt achte mal drauf, dass sich an der Bewegung deiner Meinung nach außen nichts verändert. Jetzt kommt noch drauf. Mach das komplett andere. Zieh deine Beine. Abduktion aus dem Bein. Und Schultern und Seite oben und hinten mit den Armen. Noch acht. Sieben. Schreck dich. Nochmal. Etwas länger. Du musst Kopf hoch. Vier. Drei. Deine Beine machen. Bitte weiter. Arme beiden an der Seite. Und die Beine wohnen. Und ändern wir etwas. Zieh das Knie jetzt nach oben. Lass auf die Arme. Halt. Und so lange es geht. Schön. Wir sind nur noch rechtes Knie. Hoch und tief. Du kannst jetzt komplett auf dem linken Fuß stehen. Die linke Gesessen. Anspannend. Die Strecke. Halt. Halt. Und jetzt versucht man mit dem drüchten Ball eine Reduktion zu machen. Außen. Und nach hinten. Wenn deine Arme schwer wären, rollen sie jetzt auch. Einmal außen. Einmal zurück. Eine schöne Kreisbewegung. Halt. Und jetzt mach den Kreis bitte etwas höher. Das ist richtig. Ups. Ich gehöre nicht verloren. Lass es dich anstrengen. Aus den Hüftfolgen heraus. Mit deinem Bauch auskümmelnden Fuß vor. Oben zu lassen. Schön rotieren. Gut. Gleich schon wieder vorbei. Der letzte. Und mit der geraden Position. Hohe und tief. Seid schon noch seitens. Standbein links. Spannend hoch. Fester. Letztes. Führe noch. Schön gemacht. Zwei. Wechseln. Linke Squat. So. Nehmen. Wenn du deine Arme wieder etwas in Ruhe packen, nimm sie wieder nach außen. Naum nach unten. Hattensbrechen oben. Alle beginnen mit der Rotation. Und von zwei. Auf und wieder zurück. Drei. Schön rotieren. Drei. Wissen. Beleggen. Belegen. Das ist ganz zu lassen. Wir nehmen sie selbst. Das ist so wichtig. Wir kommen gleich noch zu unserer Gefäßmuskulatur. Und hier, wir sollen es immer so viel sitzen. Hier steht noch. Und wenn ihr die Arme wieder aufschwitzen möchtet, dann nimm sie wieder zur Seite. Zwei noch. Große Rotation. Zieh mal das Knie nach oben. Yes. Wieder geraden oben. Acht stehen. Etwas höher. Sieben. Zuck dir einen Punkt. Stell dir vor, du triffst etwas. Und das musst du nach oben schieben. Jetzt ist gut. Letzten zwei. Perfekt. Marschier wieder ganz locker. Und jetzt setzt deine Arme ab. Locker schwingen. Schau, dass die Schultern ganz nach unten rutschen. Und hoffentlich schon ein Stückchen weiter unten alles zu bewegen. Und dann wollen wir heute mal auf die Matte gehen. Entweder Matte oder Hand auf den Boden. Und wenn du mal was trinken möchtest dazwischen. Das ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Bitte geh auf den Boden und den du einen Ausfallschritt machst. Das ist dein einziger Ausfallschritt für heute. Gut. Dann kommst du bitte in einem Vierfüßlerstand. Ich habe es schon angesprochen. Ich sehe es muss von der Tür. Wenn du im Vierfüßlerstand musst du deine Hände direkt unter der Schulter. Und jetzt schieb mal den flachen Fuß ganz gerad, schön nach oben. Drück dich mit den Händen. Aktiv weg von deiner Matte. Drück mit den Bauchnabeln festgelegen deine Mundsäule. Wenn du schwerer atmen möchtest, streckst du den linken Arm nach vorne. Der Arm auf deine Bewegung wackeln. Den und den wir nur ohne es etwas schwerer zu machen. 7, 6, 5, 4, 3. Dein Bein macht den Weit. Setz die Hand wieder ab. Drück dich wieder aktiv vom Boden weg. Und jetzt streck mal das Bein nach hinten raus. Immer noch eine kleine Bewegung. Schöner, fester Bauch. Lang an Hals. Und nochmal nach. 7, 6, hinten noch ein bisschen durch. Genau, vier Stück. Immer noch. Stark heute Morgen. Und absetzen. Das Decken mal nach rechts und nach hinten schieben. Und du versuchst mit dem Legen. Deine Oberfläche. Schau über deine Schulter. Und schau auf dein Oberfläche. Also rechts und links. Sehr genau. Siehst du deine Oberfläche. Und dann bleibst du hier in der Mitte. Gebe den Knie etwas weiter nach unten. Stütz dich auf den Arm ab. Und lass dich mal langsam auf den Boden. Leg deine Hände unter deinem Stirn. Stell die Lebensmittel auf. Streck mal die Knie richtig aktiv durch. Der Po ist jetzt schon wieder fest. Und nun drück über. Hoch und Hals. 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 Wer durch diese etwas leere Arten möchte, dann mach am besten meine rechte Hand zu einer Faust. Und leg dein Stirn auf der Faust ab. tryEO damit. Leg deine Länge an drei. Und endlich mit den Linkeren. Mitchell nach oben. Doeg mit den Länge. Und mit den Längen. Leg deine Länge riposte. Bestreck dich. Hold. ńst drenge. Ank Alpha und Elas. NOV SET. NOV SET. NOV SET. NOV Crystal. aurait Hm universo. 지w�� drauf. Advance. Fremos. Eins, zwei, beide Hände wieder unter die Stirn, leg die Knie jetzt mal locker ab und jetzt lässt du deine Färze nach rechts und nach links bauen. Und das soll jetzt wohl locker sein, wie wenn du dein Färze direkt und links bewegt. Ganz gemütlich, genau. Dann gehst du den Kopf wieder an, nimmst deine Hände hier gleich oben neben dem Brust vor, ziehst du da auch schön ein, lächst die Knie anbogen, drückst dich nach oben und dann hast du den Knie wieder rein, schon wieder für die Brust statt. Ready, Blick ist leise, Knie gewollt, ganz klein. Achte darauf, deine Elfungen sind gestreppt. Spür mal, beide Hände sind das rechte Knie, dann verteile dein Karbergewicht, gleich richtig. Und wenn du ein Problem mit dir hast, mit dem Handgelenken, wenn du dich nicht so verlieben lassen, dann probierst du, wie man die Arbeiten braucht. Und wenn es gar nicht geht, dann nächstes Mal, gehen die Augen auf, raus, festere Hälfte, schön fest. Es geht noch schön in die Hände. Wunderbar. So, wir haben es hier gleich schon wieder geschafft. Läge die Hände, die Hände, die Hände, die Hände, die Hände, die Hände. Schöne. Wenn du schwerer Arten möchtest, ganz mit den linken Armen. Nein, die rechten Arten nach vorne, neben dem. Nimm den Gegenüberliegen hin. Mach's dir nicht schwerer, wie es schon ist. Und jetzt hier, wenn du auf dem Handgelenken, dich abstützt, hast du die Finger. Wenn du auf der Faust bist, musst du die Hände statt, hier aktivieren. Nummer 8. Letztens hier, ganz klein. Dein Bein macht wieder weiter. Setz die Faust oder diese Backhand wieder ab. Schultern weg von den Hohen, Gewicht nach vorne. Streck das Bein, ganz klein nur. Ja, und ab. Gleich dringend, oberen, kräft jetzt richtig. Zieh, baust du ein, schützt das Bein, bitte. Gleich vorbei. Endschuhe, schuhe, noch ab. 7, 6, herr, becken. 4, 3, 2, 1. Und dann stehe. Und jetzt geht es weiter. Schön hochziehen. Wenn ihr mit den Faltkrieg möchtet, dann bitte anhalten, heute ab zu den rechts und links, linker anhalten, linker anhalten zu hoch, linker ist hier noch kein Schmachs. Ein bisschen heben, tief. Die Ehe geht über die Glocke. Streich in die Brille. Move noch mal. Die Glocke, hier. Heben. Sechs, fünf, fünf, ein bisschen heben. Oh, sehr gut. Dann hieb die Locker. Meine Hände wieder runter, dein Stürm. Und die Färze ziehen, du wieder Bein nach rechts, Faden nach hinten. Dann hieb die Hände wieder locker. Und dann hieb den Kopf wieder an. Vielen Dank. Letzte, lass mal bitte das Gewicht vorne auf deinen linken Arm. Und schau mal, kannst du die Augenlinke deinen Arm sehen, ist der eher vor dem Auge oder unter der Nasenspitze. Versuch den Arm einmal hinten zu ziehen, nach oben, für die Ecke, acht Stück noch. Sieben, Gewicht wieder mehr, nach vorne, auf den linken Arm. Die letzten vier, drei, zwei, rechter Arm geht zur Seite, rechter Arm schlüpft, unter den linken Arm durch. Und jetzt leg deine rechte Stirnseite auf der Matte ab. Und stell dir vor, der Arm möchte unter den Körper immer weiter und weiter mit der Stirnseite. Sieh, richtig schön lang. Jawohl. Halt noch zwei, die Kündchen hier durch. Und dann bin ich mit den linken Arm, um dich nach oben zu drücken. Setz die rechte Arm ab. Mit den linken Arm nach vorne und wieder festen ziehen. Sieh, richtig schön nach vorne. Ausgerecht ab, auf den Stirnseite, in den Bauch rein. Und auch das sehen wir für uns ja aus der Faust. Sieh, aktiv arbeiten hier. Bauchsspannrad. Nur noch ein bisschen fest drücken. Wunderbar. Komm, wir haben es gleich gesagt. Wir sind schon wieder rein. Vor der letzten Minute. So, ich halte. Sieh, richtig schön. Drei. Zwei. Und dann nimm den Nacken schöner hoch. Schön weiter. Unten durch. Bis der Körper ruht. Und zieh ihn wieder. Langsam. Und dann komm mal nach dran. Umsitzen bitte. Entschwein jetzt mal eine Weite. Deine Knie sind ganz locker. Deine Schultern sind auch ganz locker. Und jetzt nimm mal die Arme hier. Weit nach hinten. Öffne den Brustkopf wieder. Mehrmals. Nimmst du mal deine Inkel an. Gleich wieder rauf. Warte. Und dann ziehst du mit dem letzten Arm. Schön lang. Stell dir die Inkel vor. Mit dem Becken komm oben. Zieh dir schön lang. Deine linke Schulter. Stell dir vor. Die Inkel. Dann ist leider unser halbes Schrittchen für heute schon wieder vorbei. Wie jeden Freitag. Ansonsten sehen wir uns auch schon wieder am Montag. Jetzt lass deine Ellen und Frau Walker hier aufgehen. Liebe Borsche, abgelegt. Montags sind wir uns gebraucht. Und dann komm bitte über die Seite. Aus die Knie, langsam nach oben zu stehen. Locker bitte deine Beine, locker deine Arme. Wir morgen früh noch mal Lust haben auf meinem Programm. Die Mario ist morgen da um 10 Uhr. Ich bin hinter der Kamera. Das heißt, wir sind auf jeden Fall wieder zusammen. Können wieder uns sehen. Wie ihr uns sehen, wie ihr euch hoffentlich hören, indem ihr euch nicht schreibt. Ich wünsche euch ein schönes Sommer. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Lass euch den Tag nicht verregnen. Am Wochenende wird es bombastisches Wetter. Geht raus, genießt bitte die Sonne. Ich danke euch für eure Energie. Ihr wart super. Ich habe es richtig gespürt. Hat wieder richtig viel Spaß. Bewegung ist Leben. Das ist unser Motto. Und ich glaube wirklich, dass wir uns jetzt bald bald sehen können. Hoffentlich im Juni. Wir haben wirklich nur noch wenige Tage vor uns. Und dann können wir wieder zusammen. Wenn noch unsere Auflage haben, sind wir die richtige Lifestyle. Ich freue mich schon riesig drauf. Bitte bleibt es sein. Gesundheit. Sein Film. Bewegt euch. Und jetzt lassen wir euch gut gehen. Danke euch. Liebe Grüße aus Mädels. Euer Mann. Danke euch. Ähnlich. Danke euch.